Moin Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Last Day on Earth Video hier auf meinem Kanal. Und es ist ein neues Update rausgekommen. Gestern Abend die Version 1.18.16 mit neuen Events auf dem Eventkalender für den Monat April und im Allgemeinen noch die Staffel 21, was ja im Endeffekt auch schon vor dem Update da war. Und aktualisierte Positionsbildschirm, sprich die Karte wurde ein bisschen überarbeitet. Und eine ziemlich coole Sache, was auch für euch Last Day on Earth auf jeden Fall einfacher macht, ist, dass die Locations jetzt anzeigen, was ihr von den Locations bekommen könnt. Und das würde ich mal sagen, gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Unser Video beginnt wie immer an der Tankstelle, weil ich habe ja aktuell noch die VIP-Bonis und die wollen wir natürlich auch noch ganz schnell mitnehmen, bevor wir uns dem neuen Event widmen. Was wir zwar schon kennen, zumindest wahrscheinlich ihr, aber ich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt eine YouTube-Pause eingelegt hatte. Aber wir gucken uns gleich an, worum es geht. Erstmal gucken wir, was wir hier unten noch kriegen. Hier ist noch die improvisierte Pistole fertig. Okay, Schwarzmarkt räumen wir natürlich auch noch leer. Wenn es was zu holen gibt, was heute sehr mau aussieht. Nicht weiter schlimm, wir nehmen die Verbände noch mit. Das Essen nehmen wir noch mit und mal gucken, was für einen Buff wir hier bekommen. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, Mahlzeit des Tages. Okay, dann auf die Karte, let's go, gucken wir uns mal an, was jetzt für ein Event droppt. So, wir haben einmal das gute alte Schiffswrack-Event. Sie haben ein an Land gespültes Schiff gefunden. Vier Tage und zehn Stunden ist es da. Okay, und als nächstes die Ausgrabungsstätte. Es ist schwierig, die industrielle Extraktion von wertvollen Materialien zu verstecken, aber sie scheinen es gar nicht zu versuchen. 14 Tage bleibt dieses Event. Okay, gucken wir uns gleich mal eins nach dem anderen an. Ich würde mal sagen, wir gucken zuerst in die Ausgrabungsstätte. Und hier sehen wir auch schon ein neues, ja, Mockup, beziehungsweise doch ein neues Design der Location selbst, was natürlich für die entsprechende Auffrischung sorgt, die in den Patchnotes mit angegeben wurde. Und zwar scheinen jetzt auch die Bilder, die hier sind, ich sag mal in Anführungszeichen, animiert zu sein. Im Endeffekt ist es ja nur ein langsamer Zoom-Effekt, der in diese Location reinfilmt. Wir gucken mal rein, was es für Belohnungen zum Beispiel am Hafen gibt, ja, weil das ist nämlich jetzt auch eine coole Funktion. Wir können die Belohnungen einsehen. Somit sind für euch auch viele Fragen gelöst. Zum Beispiel, wo bekomme ich Luftfilter her? Könnt ihr in die Locations gucken. Hier zum Beispiel beim Hafen. Hier ist natürlich das Labor mit unter anderem gemeint und die Kanalisation, nicht der Hafen direkt selbst. Die anderen Locations, die hier sind, können wir tatsächlich auch einsehen. Okay, aber hier oben, das ist natürlich klar, dass die noch nicht überarbeitet sind. Die Locations, wo wir auch noch nicht hin können, sind hier natürlich ausgelassen. Gucken wir hier nochmal rein. Was es zu finden gibt, sind Waffenmodifikationen, S-Bauplan. Ich wusste gar nicht, dass man die so einfach finden, also einfach finden kann in den Locations und dass man Motorteile finden kann, ist mir auch neu. Das war früher so, auf jeden Fall. Aber das war mittlerweile, also das muss schon ewig her sein, als ich das letzte Mal Motorteile gefunden habe und hier unten natürlich Farbpaket. Achso, das ist ein allgemeiner Begriff für alle Farben, außer Weiß offenbar, die man finden kann. Gucken wir mal hier rein. Wie sieht es hier aus? Genauso im Endeffekt. Also abgesehen davon, dass man hier kein Motorteil finden kann. Das findet man wahrscheinlich nur im Nordgebiet, so wie es aussieht. Farm. Jawohl, das, was hier jetzt fehlt, sind Spross, Maiskörner. Die Harpune fehlt hier. Also offenbar sind die Sachen, die man hier bekommt, nicht die Sachen, die ihr beim Autoclear bekommen könnt. Das sind wieder andere. Zumindest kann ich das aus der Erfahrung her sagen. Ähm, wir gucken mal hier noch rein. Was gibt es hier? Mhm. Kennt man ja üblicherweise. Auch eine VSS, das ist bemerkenswert. Das ist schon interessant. Hier unten können wir natürlich auch noch nicht gucken. Okay. Polizeistation. Gucken wir uns auch schnell an. Das kennt man ja üblicherweise. Bunker. Das ist natürlich auch ganz klassisch hier. Und, ja, ich würde mal sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Und wir gucken uns mal die Ausgrabungsstätte Echo 1 an. So. Hier sind wir also in der Location jetzt drin. Tägliches Ackern sprechen sie mit dem Vorarbeiter. Machen wir unverzüglich. Wir gucken nur noch mal kurz in den Season Pass, ob sich irgendetwas geändert hat. Aber offenbar jetzt erstmal nix weiter. Heimwerker ist neu. Bald können sie ihre Zeit sinnvoll nutzen. Selbst sie ein richtiges, äh, selbst sie, okay, das Deutsche ist ja ein bisschen komisch. Selbst sie ein richtiger Stubenhocker sind, okay. Ähm, Schiffswrack ist klar. Extraktion ist auch klar. Agneturnier, gut, der Rest ist eher mehr uninteressant. Und die Belohnungen haben sich ja auch nicht geändert. Was sich aber geändert hat, ist im Shop. Denn ihr habt jetzt hier, also jetzt hier erstmal das Extraktionspaket. Und ihr habt ein Osterangebot. Rabatte bis zu 80%. Das heißt, Sachen wie zum Beispiel Metallraum lohnen sich jetzt natürlich wesentlich mehr, als vorher zu kaufen. Also wir können ja hier einmal gucken. Genau, also ihr bekommt hier auf den Metallraum 80%. Wenn ihr raillen gehen wollt und euch die 20 Euro nicht wehtun, dann holt das Paket auf jeden Fall. Damit ist euer Zeug der Trend safe. Keiner kommt ran. Ansonsten ist natürlich auch Steinraum mit 4,50 Euro ganz gut. Gut, alright, dann würde ich mal sagen, wir gucken uns ein bisschen um. Ist für mich eine fremde Location, weil ich, wie gesagt, zu dem Update-Zeitpunkt dieses Spiel nicht gespielt hatte. Aber das hier sieht ja aus wie ein Bunker oder sowas ähnliches. Zumindest lässt es das irgendwie erahnen. Ähm, offenbar ist es aber auch so eine Art Mine. Mal gucken, ob wir da früher oder später nochmal rein können. Ich habe so eine Vermutung, dass das wahrscheinlich nur Dekoration ist. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was haben wir hier? Hier sitzt auch wieder eine Katze. Das ist interessant, dass die jetzt auch immer und immer mehr ins Spiel kommt. Die sollte nur aufpassen, weil ihr Schwanz irgendwie gerade im Propeller drin war. Oh Gott. So, wen haben wir hier? Hi, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wir extraieren Mineralien aus Zombies. Daraus machen wir dann eine besondere Legierung. Das ist gefährlich. Lärm lockt Zombies an. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Okay. Ähm. Linie halten. Wir nehmen mal hier die Harpune mit rein. Das ist interessant. Normalerweise kenne ich Last of the Earth so, wenn die Charaktere sagen, sie brauchen unsere Hilfe. Sind wir meistens die einzigen, die da etwas machen. Ist übel mitgenommen und es muss repariert werden. Kannst du helfen? Also dieses Rohr hier muss offenbar repariert werden. Wir gucken mal rein. Wir sollten unsere Verteidigung arbeiten. Vielleicht ein Geschütz bauen oder so. Na los. Wohlgemerkt wir. Damit meint er natürlich uns. Sehr klar. Okay. Gucken wir uns das ganze Spielchen hier mal an. Hier haben wir auch noch eine. Erhöht das Raffinerie Level. Und hier ist auch noch eine. Die ist auch kaputt. Und noch eine. Die ist auch kaputt. Was haben wir denn hier? Meine Güte. Das sieht ja hier richtig hochwertig aus. Was sind das hier? Okay. Gut. So viel dazu. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie wir die Geschütze bauen können. Ich glaube dafür müssen wir hier hoch. Kann das sein? Kommen wir hier schon hoch? Nein. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu unserem Kollegen hier runter. Dort ist alles, was wir für die Fertigung nutzen können. Im Depot befinden sich noch Ressourcen. Versuche aus denen etwas zu bauen. Also wir haben es auch in S vergessen. Oh. Okay. Also das sind jetzt die Materialien. Beziehungsweise die Sachen, die wir bauen können. Was cool ist, ist, dass die Pleudelstange wieder drin ist. War schon mal im Spiel gewesen. Ist aber nach der Zeit wieder rausgenommen worden. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie was funktioniert. Wir werden einfach mal hier das Geschütz hinstellen. Auf die Seite. Und hier vorne Dornen. Zwei Stück oder sogar drei. Packen wir hier noch was hin. Okay. Folgen sie dem Vorarbeiter. Super. Das wird die Verteidigung sicher unterstützen. Das ist unsere Raffinerie. Sie ist keinem guten Zustand. Sie kann repariert werden, um die Arbeit zu beschleunigen. Im Moment funktioniert es. Versuch mal sie zu starten. Okay. Dann. Ah ja. Start des Extraktors. Schwierigkeitsgrad auswählen. Okay. Wir können hier Schwierigkeitsgrad auswählen. Einfach dann normal sicherlich und schwer. Einfach. Maximale Gesundheit von Zombies ist erhöht. Das ist halt der Effekt, den die Zombies haben. Und bei dem anderen können wir noch nicht reingucken. Wir bekommen Season-Punkte und so einen Totenkopf. Ich würde mal sagen, wir starten das ganze Spielchen hier einmal. Und werden mal schnell was essen. Und mal gucken, wann die ersten angerannt kommen. Oh, da kommen sie schon. Da müssen wir natürlich ein bisschen mitmischen hier. Ja, aber das ist schon anders. Interessant. Aber die Raffinerie hier unten, die funktioniert. Also die Pumpe, die hier ist. Aber das ist schon ein bisschen übertrieben, dass schnelle Beißer 240 Leben haben. Oder wie viel das jetzt war? Das ist schon ordentlich. Wir müssen natürlich gucken, dass unsere Pumpe hier nicht weiter beschädigt wird. Ich meine, unsere Dornfallen sind jetzt alle kaputt. Super. Keine Sorge, wir arbeiten jeden Tag so viel. Du wirst dich nicht daran gewöhnen. Du wirst dich noch daran gewöhnen. Gut gemacht. Das reicht aber noch nicht. Nicht? Wir brauchen selten Teile, um die Raffinerie zu reparieren. Bringen wir die benötigten Materialien im Austausch gegen Teile. Okay. Okay. Die Frage ist, die Sachen hier unten, die können wir noch nicht benutzen. Sogar ein Signalverstärker, also wieder mit dem Spiel. Mensch, welcome back. Okay. Ah ja. Also jetzt können wir hier auch nochmal. Aber das bringt uns nicht viel, weil wir nicht ins... Ach so. Wir gehen mal ins Baumenü. Wir brauchen... Woher kriegen wir denn die Pleuelstangen? Die kriegen wir von der Raffinerie, ne? Und die Raffinerie hat jetzt... Irgendwo hier müssen wir doch... Ah, die können wir auch ausbauen. Genau. Okay. 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 Langsam verstehe ich es. Eco 1 Depot. Und hier kommen wir auch zum Bauplan. Das heißt, wir können ja im Prinzip jetzt nur das hier vorne bauen. Also diese Dornfallen. Ach, wir haben auch ein Baulimit. Okay. Weil die anderen Sachen, der Freund zum Beispiel, den können wir auch nicht bauen. Weil wir haben weder die Pleuelstangen noch diese Kette, die man da braucht. Und die bekommen wir auch nur, wenn die... Ach so. Ne, starten kann ich es ja auch nicht, weil ich brauche auch diese Materialien. Hm. Hm, hm, hm. Ich kann ja auch nichts kaufen, weil ich habe ja kein... Seltsames Material, oder wie es genannt wird. Und ich weiß auch spontan nicht, wo wir das herbekommen. Ob diese... Raffinerie hier das einfach irgendwie abpumpt, oder was weiß ich wie. Und wir das dann einsammeln können, weiß ich nicht. Ich meine, das können wir auch noch nicht reparieren. Vielleicht später. Gut. Ich würde mal sagen, hier machen wir erstmal einen kleinen Hagen dahinter. Ich beschäftige mich später nochmal etwas intensiver damit. Und wir gucken uns stattdessen jetzt mal das neue Schiffswrack-Event auf der Karte an. So, herzlich willkommen im guten alten Schiffswrack-Event. Unsere erste Aufgabe. Töten Sie Zombies am Strand. 13 Stück von den Rettern. So, wir werden hier natürlich gleich mal alle anlocken. Zack. Ah. Ah, jetzt wird ein Schuh draus, liebe Leute. Guckt mal, von den Zombies bekommen wir nämlich diese... ...diese seltsame Material, wie auch immer es genannt wird. Das wird ja so genannt. Mmh. Mmh. Das ist sehr interessant. Dafür gibt es aber bestimmt diese Auslieferung nicht mehr. Naja, die ist nämlich weg. Okay. Aber jetzt wissen wir schon mal, wie wir an das Zeug rankommen. Womit wir dann... Ah. Aha. So, in dem Container finden Sie ein normales Objekt und einige seltene, wenn Sie Glück haben. Na, da bin ich ja mal gespannt. Würde ich mal sagen, wir öffnen mal eine Kiste und bekommen gleich eine Uzi. Mensch. Drei Container für 75 Coins. Oh, das wird sich natürlich erstmal gegönnt hier. Ich meine, gut, die Kupferbachen sind jetzt vielleicht nicht so, aber diese zehn Eichenbretter sind schon ganz interessant. Und auch diese zehn... Ähm... Na, ihr wisst schon, diese zehn Medaillen, ich vergesse das immer, wie die heißen. Abzeichen für herausragende Leistung. Genau. Die kann man dann ja im Endeffekt auch wieder für ein Paket einlösen. Also, das ist ja hier wie ein... Oh, aber wir bekommen noch einmal die AK. Ich würde mal sagen, drei machen wir noch. Ja, dass wir nicht zu viel Zeit verbringen. Und gucken mal weiter. Okay, und nochmal zehn Abzeichen. Gut. Also, das Schiffswrack-Event auch eine Art täglicher Boni, nehme ich an. Wie oft bekommt man hier... Hm, das muss ich ja auch aktualisieren. Bestimmt alle zwölf oder vierundzwanzig Stunden. Alles darunter wäre schon irgendwie strange. Aber die Location an sich ist dann ja doch sehr schlicht und einfach gehalten. Okay. Okay, okay, okay. Soviel zum Schiffswrack-Event. Also hier auch nochmal eine Kleinigkeit, die wir hier bekommen können. Gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir hier nochmal kurz in den Season Pass rein. Dass wir hier die Belohnungen nochmal ausräumen. Hier nehmen wir die Schrotflinte auf jeden Fall. Hier nehmen wir doch die Segelblattkeule. Schaufel ist ganz praktisch für unterwegs, weil ihr dann die Schaufel benutzen könnt für Torf zum Beispiel. Oder für die Setzlinge. Meine Schaufel hat man in der Regel nicht immer mit. Deswegen habe ich mich aber trotzdem mal lieber für die Segelblattkeule entschieden. Die brauchen wir denke ich mal eher. So, ich würde mal sagen, wir wechseln mal ganz kurz den Account. Und jetzt mache ich mal eine ganz schnelle Zwischenmeldung. Und zwar habt ihr die Chance, 1000 Münzen zu gewinnen und den Season Pass Premium. Alles was ihr dafür tun müsst, ist ein Kommentar unter diesem Video schreiben und den Kanal abonnieren. Und schon nehmt ihr teil. Ich mache daraus extra keine große Sache, weil viele auf das Video nur klicken, um an den Giveaway teilzunehmen. Deswegen für alle, die bis jetzt dran waren, die haben natürlich jetzt einen kleinen Vorteil. Also ein Kommentar und dann seid ihr quasi schon im Gewinnspiel drin. Es nützt nichts, wenn ihr mehrere Kommentare da lasst, weil das im Prinzip nicht gewertet wird, weil doppelte Kommentare werden rausgefiltert. Und ja, die Auflösung gibt es dann eigentlich ganz schlicht und einfach im nächsten Video, würde ich mal sagen. So, und ich denke auch hier sind wir jetzt erstmal grob fertig. Haben wir hier noch irgendwelche Pakete zu öffnen? Ja, tatsächlich, 60 Stück können wir hier noch öffnen. Das wollen wir natürlich auch noch machen. Ich glaube, hier nehmen wir die Glasfaser. Ich glaube, die könnten wir ein bisschen eher mal gebrauchen auf dem Account. Weiße Farbe doch nehmen wir, denke ich mal, als erstes. Und dann gucken wir mal, uh, hier haben wir auf jeden Fall die Wahl vom Chopper-Modell genommen. Zweimal Luftfilter. Doch, die nehmen wir. Die Luftfilter nehmen wir. Das wird in der Zukunft, ich werde es danken, dass ich sie jetzt genommen habe. Hier nehmen wir die Glock, ganz klar. Okay, nehmen wir mal die Nägel. Nehmen wir mal die Nägel, wobei wir aus den Eisenbachen hätten wir fünf Platten machen können, aus den fünf Platten zehn Nägel. Aber ist nicht so schlimm. Hier nehmen wir die Bleiplatten auf jeden Fall. Die sind ja wirklich sehr aufwendig zu produzieren. Hier nehmen wir den Sprit. Den besten Freund haben wir ja schon, deswegen brauchen wir das Hundefutter nicht zwingend. So, und die letzten beiden Kisten haben wir hier nochmal einen Python und zu guter Letzt eine Machete. Nehmen wir auch mit. Na wunderbar. Ich würde sagen, auf dem Account gehen wir auch nochmal ganz fix zum Schilzwrack-Event, dass wir dort die Belohnungen auch nochmal mitnehmen. So, gleiches Spielchen noch einmal. Hier machen wir das mit der Glock. Übrigens, Leute, was ich gar nicht erzählt habe, zumindest weil wir einfach die Gelegenheit jetzt dazu nicht hatten. Auf meinem Noob-Account, also da wo wir jetzt gerade sind, habe ich meine dritte Waffenmodifikation beendet für die Glock. Und das ist, ähm, vergrößertes Magazin, Rotpunkt, Visier und Schalldämpfer. Das sind jetzt meine drei Modifikationen, die ich hier auf der Glock drauf habe. Und ich bin stolz drauf, auf jeden Fall. Weil mit der Glock allein schon die Geschwindigkeit, die sie jetzt drauf hat und der Schaden, ist ja fast wie auf meinem Main-Account. So, moin moin. Lass uns mal gucken, was wir hier kriegen. Auch eine Uzi, okay. Fairerweise werden wir hier natürlich auch nochmal ein paar Container kaufen. Einfach um unserem Glück mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber 75 Coins ist schon ziemlich teuer. Wir gucken nochmal. Die zwei Container, die jetzt hier sind, machen wir auf jeden Fall auch noch. Und dann sind wir ja auch erstmal fertig hier. Oh, und auch eine AK dazu bekommen. Na Mensch, und jetzt haben wir hier schon wieder Belohnungen. Die werden wir natürlich auch noch mitnehmen, dass wir hier erstmal über einen Haken dahinter machen können. Hier nehmen wir mal den Reanimator. Das werde ich auf jeden Fall auch danken in der Zukunft. Bleiplatten nehmen wir hier auch. Die nehmen wir hier auch. Und dann haben wir noch Glas. Alright. Und zu guter Letzt. Nehmen wir die schwarze Farbe. Nehmen wir die schwarze Farbe. By the way, Leute. Guckt es euch an. Ich bin der Level aufgestiegen und habe gar nicht drauf geachtet. Aber hier ist er. Mein erster Einbrecher-Skill. Ach. Es wurde auch Zeit. So, gucken wir mal weiter, was es noch gibt. Waldarbeiter und... Ja, nehmen wir doch den Glückspilz, würde ich mal sagen. Aber ich bin stolz. Immerhin Einbrecher-Skill-Level 1. Wir kommen jetzt schon mal in diese kleinen Schlösser rein. Okay. Gut. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Es wird sicher noch ein Video zu dieser Staffel kommen. Und vor allem wegen den Gewinnern, die wir dann ziehen. Gebt mir viel Glück. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Mal.